Der in Amerika geborene Lee Van Cleef hat ein buntes Leben mit gemischten Freuden und Sorgen geführt. Er war ein Statist in Hollywood, bevor er in den 1960er Jahren zu einem der Topstars des Spaghetti-Western-Genres wurde. Lee Van Cleefs größte Freude ist definitiv der Erfolg seiner Schauspielkarriere. Seine Rollen in »Für ein paar Dollar mehr« und »Das Gute, das Böse und das Hässliche« machten ihn zu einer Ikone der Western-Filmwelt. Seine Paraderolle als harter Kopfgeldjäger erregte große Aufmerksamkeit und Bewunderung. Allerdings verläuft die Liebe von Lee Van Cleef in seinem Privatleben nicht immer reibungslos. Er war dreimal verheiratet und zweimal geschieden, bevor er sich schließlich mit Barbara Havelworn einließ. Obwohl die letzte Ehe für den Rest seines Lebens hielt, gehörte die Reise durch drei Ehen auch zu den Herausforderungen in seinem Leben. Darüber hinaus hatte Lee Van Cleef trotz seiner Erfolge in seiner Schauspielkarriere Schwierigkeiten, seinen Erfolg aufrechtzuerhalten, nachdem die Popularität des Spaghetti-Western-Genres nachgelassen hatte. Nachfolgende Rollen spielten oft in Filmen, die nicht hoch bewertet waren und seine Position in der Filmindustrie nicht behaupten konnten. Das traurigste Ende in Lee Van Cleefs Leben war schließlich sein plötzlicher Tod im Jahr 1989 an den Folgen eines Herzinfarkts. Fans und die Filmindustrie haben eine Ikone verloren, einen Künstler mit vielen Beiträgen zur Kinokunst. Lee Van Cleef hinterließ vier Kinder und prägte die Filmgeschichte unauslöschlich. Aber auch wenn Lee Van Cleefs Leben Höhen und Tiefen hatte, war er immer noch ein starker und standhafter Mann. Seine Ausdauer und Entschlossenheit in seiner Schauspielkarriere halfen ihm, Schwierigkeiten zu überwinden und zu einer Ikone des Western-Film-Genres zu werden. Obwohl seine Rollen in Spaghetti-Western-Filmen berühmt sind, lässt sich nicht leugnen, dass Lee Van Cleef in seiner Karriere große Erfolge erzielt hat. Rollen in »Für ein paar Dollar mehr« und »Das Gute, das Böse und das Hässliche« verhalfen ihm zu höchstem Ruhm und Anerkennung bei Publikum und Fachleuten gleichermaßen. Auch wenn er in seinem Privat- und Berufsleben viele Herausforderungen gemeistert hat, ist Lee Van Cleef immer noch ein Symbol für Stärke und Standhaftigkeit. Seine scharfsinnige und entschlossene Persönlichkeit hinterließ einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans und sorgte dafür, dass sein Name für immer in der Kinogeschichte verankert blieb. Zusätzlich zu seinen Rollen und seiner Karriere ist Lee Van Cleefs Leben auch eine bedeutungsvolle Reise mit dem, was er beigetragen und erlebt hat. Während des Zweiten Weltkriegs war er Soldat der United States Navy und erlebte in dieser Zeit Härten und Herausforderungen, die ihn auch in Geduld und Entschlossenheit schulten. Obwohl er in seiner Karriere nach seinen Höhepunkten nicht immer die Anerkennung erhielt, die er verdiente, arbeitete Lee Van Cleef weiterhin und trat in vielen verschiedenen Filmprojekten auf, auch wenn es sich um Nebenrollen in Filmen oder Fernsehserien handelte. Sein Engagement für die Kunst des Kinos und seine Leidenschaft für die Schauspielerei haben ihn zu einer unauslöschlichen Ikone der Filmindustrie gemacht. Obwohl er 1989 verstarb, lebt das Vermächtnis von Lee Van Cleef in den Herzen der Fans weiter und ist weiterhin eine Inspiration für zukünftige Generationen. Die Vielfalt seiner Karriere und seines Lebens, von wichtigen Rollen bis hin zu persönlichen Herausforderungen, ergibt das perfekte Bild eines talentierten und inspirierenden Künstlers. Doch über seinen Erfolg und sein künstlerisches Erbe hinaus hinterließ Lee Van Cleef auch eine wichtige Botschaft über Standhaftigkeit und Mut. Er ist nicht nur ein heller Stern am Kinohimmel, sondern auch ein Symbol für spirituelle Stärke und den Willen, Schwierigkeiten zu überwinden. Obwohl er im Leben viele Herausforderungen durchlebte und auf viele Schwierigkeiten stieß, gab Lee Van Cleef nie auf. Er geht seiner Leidenschaft stets beharrlich nach und scheut sich nicht, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Trotz allem, was er erreicht hat, ist Lee Van Cleef nicht nur ein großer Filmstar, sondern auch ein starker und entschlossener Mann. Sein Einfluss geht über die Leinwand hinaus und lebt in den Herzen der Fans weiter, indem er über Generationen hinweg Inspiration und Bedeutung vermittelt. Das ist der Geist von Lee Van Cleef, ein starker Geist, der ständig kämpft und immer an die eigenen Fähigkeiten glaubt. Und diese Botschaft, die nicht verschwinden kann, wird für immer in den Herzen aller weiterleben. Starke Seelen wie die von Lee Van Cleef sind für uns immer eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Sie sind ein lebender Beweis für Ausdauer, Entschlossenheit und Mut im Leben. Lee Van Cleef hat in seinem Leben viele Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeistert, aber dank seiner Entschlossenheit und Standhaftigkeit überwand er alle Hindernisse und leuchtete wie ein heller Stern am Filmhimmel. Das Leben von Lee Van Cleef ist eine inspirierende und bedeutungsvolle Geschichte, ein Symbol außergewöhnlicher spiritueller Stärke und Willenskraft. Er hinterließ eine unauslöschliche Spur, eine Quelle der Ermutigung und Motivation für uns und erinnerte uns daran, dass nichts unmöglich ist, wenn wir beharrlich sind und an uns selbst glauben. Mit seinem außergewöhnlichen Geist und Mut war Lee Van Cleef nicht nur ein herausragender Künstler, sondern auch ein Mann, der die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt tiefgreifend beeinflusste. Das ist die Kraft einer unbezwingbaren Kette und nur diese Kette umschließt. Damit erfüllt sie die Voraussetzung, nämlich Null ist drin und für alle natürlichen Zahlen, diejenigen, die drin sind, deren Nachfolger sind auch drin. Also ich brauche nur eine Menge für ihn, die nur diese Kette umschließt und schon wird die Voraussetzung erfüllt. Dann muss aber auch hier hinten die Folgerung gelten, dass die natürlichen Zahlen komplett in M enthalten sind. Das heißt, ich kann eine Menge M finden, die nur diese eine Kette hier oben umschließt, damit sie die Voraussetzung erfüllt. Und wenn das Pianoxon 5 erfüllt sein soll, dann muss auch hier hinten die Folgerung erfüllt sein. Das bedeutet also, die natürlichen Zahlen, die können nur eine solche Kette sein. Es kann keine Parallelstrukturen geben. Ich spiele nochmal an die Konzepte, sowas wie Teile, Vielfache, gemeinsame Teile, gemeinsame Vielfache und kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teile. Und zwar nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir nehmen mal die beiden Zahlen. 500, oh, was ist das für eine Farbe? Na gut, nehmen wir mal die Lila weiter hier. 525 und 1155. So, das sieht in der Lila auch nicht schlecht aus. Okay. 525 und 1155. So, jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal die Teile an von den beiden. Nehmen wir mal die 525 und vielleicht machen wir mal Primfaktorzerlegung. Welche Zahlen stecken denn da drin? So, ein geschultes Auge erkennt an der Endstellenregel, dass die Zahl durch 5 teilbar ist. Deswegen können wir doch die 5 schon mal rausholen, ne? 5 mal, 525 ist, ja, wenn 500 durch 5 ist 100. 25 durch 5 ist 5, also 5 mal 105. A ist weiterhin durch 5 teilbar. Also 5 mal 5 mal 21, ne? 5 mal 21 ist 105. Und 21 ist 3 mal 7. So, ist jetzt zwar nicht richtig in der Reihenfolge spielt, aber bei der Multiplikation ja keine Rolle. So. Machen wir das Ganze auch für die 1155 mal, ne? Auch das ist durch 5 teilbar, da muss man vielleicht schon ein bisschen mehr nachdenken, ne? 1000 durch 5 ist 200, bleibt noch 155 übrig. Das ist 31, also 231. 231 ist nicht mehr durch 5 teilbar, aber mit der Quersummenregel erkennt man, Der Steau unseresent forbade, wie man ja nicht mehr nachdenken will. Can we karena of the Mar Евrika?! Wednesdays will ich mich ja auch nachdenken, ... Нет禮Chief im Projekt. ... copper Rtheretery,